Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Satisfactory mit dem lieben Mike. Hi. Oh, beste Laune. Und dem lieben Luke. Hi. Ah, genauso beste Laune. Sehr schön. Heute am 26.07. mit der 64. Folge für euch in der Vorproduktion. Ja, was machen wir heute? Wir machen heute schon mal ein bisschen vorbereitet hier die superkünftige Produktion. Und wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, wir hauen hier drei Highspeed-Anschlüsse pro Minute raus. Verbrauchen würden wir fast doppelt so viel. Okay. Äh, wir brauchen doch mehr Turbodraw pro Minute. Es kommen 270 an. Nein, kommt sie nicht. Nicht? Nein. Ah. 220. Hm. Man könnte 270 machen. Wie viel brauchen wir denn? Oh, warte, warte, warte. Ich bin hier gerade noch mal am Umbauen, am Umstöpseln. Dö, 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 dö. Äh. Produktion. Manufaktor. Den setzen wir jetzt einfach erstmal da hinein. Dann führt mich das Förderband hier durch. Und kommt es da rein. Die müssen wir noch mal umstöpseln. Wäh, wäh, wäh. Logistik, Übergang, Organisation war das, genau. Dann kommst du einfach hier vorgeschaltet. Genau. Boah, jetzt richtet der sich. Ah. System, ne? System. System. Äh. Nee, ich bringe ein Aktivrezept bei mir. Genau. So, das sind daaaannn... Hier sind 280 zusammengenommen. Moment. Kommt gleich noch mehr dazu. Äh. Ja, wo ist es denn jetzt wieder hier? Ach, hier. 280 pro Minute werden wir brauchen. Ich packe schon mal Batterien in den Miner. Alles klar. Danke. Joa, das ist schon nicht wenig, du. Hm. 480. So. Können wir auch das Förderband mal auf MK4 umbauen. So, der hier macht 3, irgendwas, aber die Produktion war 5 Teile pro Minute. Wir gucken nochmal vorsichtshaber rein. Nicht, dass ich mich da jetzt nochmal verguckt habe, aber ich glaube, das passt jetzt hier wirklich. Genau, ja, 5 Teile pro Minute raus, wenn dann 100% Produktion ist und dementsprechend passt das. So, die Jungs sind nämlich gerade dabei, ähm, also die, die bei Loculus zugucken, die sehen es ja schon. Ähm, die bei mir zu gucken, die werden es jetzt erfahren, die sind gerade dabei, die Turbodrahtanschlüsse, ähm, vom Baustoffgebäude hier rüberzulegen. Da haben wir uns ein Fundament erweitert, was, äh, ursprünglich mal für die Bahnhofsgeschichte sein sollte, aber sind wir ganz ehrlich, das mit den Zügen, das wird in dieser Staffel nix. Nee, dafür ist es zu leggy. Genau, das ist einfach zu hart ruckelig und, äh, ja. Ich hab's letztens auch schon im Livestream angekündigt, also am Freitag, dass, äh, wenn das jetzt mit Update 4 immer noch so hart nicht dediziert sein sollte, dass wir dann schweren Herzens das einstellen müssen, das Projekt. Ja, macht ja auch keine Lösung, ja. Genau, also wie gesagt, ich wusste die ganze Zeit über nicht, dass es so krass hart bei euch ist. Ja, also Fahren und sowas, alles, was mit Fahren zu tun hat, geht einfach gar nicht. Mhm. Und wie gesagt, wir haben's, ich hab's auch ausprobiert, ähm, für jeden, der jetzt sagt, ah ja, hier spielt doch nix Experimental. Die Experimental ist auf dem gleichen Entwicklungsstand wie die Released-Version und, äh, das ändert sich leider nicht. Also es wird nicht besser, wenn man in der Released-Version spielt. Leider. Ähm, aber wir hoffen ja stark auf, äh, dedizierte Server, äh, mit dem nächsten Update. Und, ähm, da können wir auch endlich unseren Server aufsetzen, dann ist alles schutti-frutti. Dann sollte alles wunderbar funktionieren. Genau. So, Robin, die, der Turbodraht kommt hier an. Ja, passt. Ja? Alles klar. Gut, dann haben wir den da schon mal. Und dann müssen wir das jetzt noch alles auf MK4 upgraden, denn du brauchst jetzt 280 und das Förderband macht nur 270. Ja. Und ich baue grad schon, äh, und baue die ganze Produktion vom Caterium-Draht nochmal, äh, gespiegelt nochmal. Nice. Womit wir hätten auch woanders her beziehen können. So. So, wir hatten ja hier oben, äh, Platin-Produktion schon zu laufen. Ähm, jetzt auch mal nochmal für die Zuschauer. Und wir haben jetzt, äh, natürlich auch nochmal festgestellt, dass ich hier jedes Mal, ähm, aus den ganzen Produktionen, es werden 37,5 produziert und 27,5 werden verbraucht bei den ganzen Produzenten da hinten. Und dementsprechend haben wir hier pro Linie nochmal 10 übrig. Das macht jetzt insgesamt schon mal 40. Äh, 50 mit der Platin-Produktion, die separat nochmal läuft, die nicht für Computer verarbeitet wird. Und dann haben wir ja hier nochmal vier Produzenten. Also Kiesesäure sollten wir auf jeden Fall ausreichend haben. Jo, das denke ich auch. Haben wir hier 37,5 mal 4. Sind wir bei 150 Kiesesäure, die jetzt hier gerade noch laufen. Äh, da, 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 da. Muss ich jetzt aber mal hier vorne ein Loch reinhauen. Wie viel brauchten wir, wie viel Kateriumdraht? Äh, 280 pro Minute. Genau. So, 150 sind es, die ich jetzt hier gerade brauche. Er verballert hier gar keine Kiesesäure, das ist schon mal sehr gut. Ich bin mir eben und hole Stahlbeton für das MK4-Förderband. Äh, ja, habe ich hier. Das ist zu spät, ich bin jetzt quasi schon da. Achso, achso, nee, Stahlbeton, äh, äh, sorry, ich habe Stahlträger im Kopf gehabt. Nee, nee, da habe ich genug von dabei. Stahlbeton hätte ich tatsächlich hier nur vier geben können. Das wäre knapp geworden. Ja. So, hier haben wir 37,5. Zweimal. Zwei Produktionen sind da oben auf jeden Fall noch frei. Und hier war gar keine Kiesesäure, ne? Oh, das ist doch super. Da brauche ich ja noch nicht mal irgendwo was abzuzwacken von dem, was bereits schon benutzt wird, sondern ich kann das direkt eins zu eins hier anschließen. Und dann auch noch, äh, mit einem hundertprozentigen Verbrauch. Das ist wunderbar, ist das. Boah, diese vielseitigen Rahmen sind immer noch nicht fertig. Das ist schrecklich. Schrecklich. Guck mal, das ist das hier, das ist das hier. Ah, macht er wieder andersrum, natürlich. Warum auch nicht? Ah, komme ich da bis hoch? Schaffe ich das? Überlebe ich das? Äh, nein. Au. Aber ich habe es überlebt. Das ist schon mal etwas. Äh, ich... Lauf ein Juck. Ich gucke mal eben jetzt, wie viel Stahlbeton wir hier haben. In der Produktion. Wenn die jetzt nämlich alle voll sind, die Container. Ach nee, das wird doch irgendwo hin abgeführt, ne? Stahlbeton, oder meinst du... Stahlbeton ist doch im Stahlgebäude. Stahlbetonträger, ja. Ja, da bin ich ja auch gerade. Okay. Ja, das Ding ist, äh, also wir haben vier große Container, sind voll mit Stahlbeton. Ich würde gerne, äh, solange bis wir den, ähm, Lift fertig haben, einmal hier die Zufuhr von Stahlträgern abklemmen, wenn das okay ist. Dass die nur in die Produktion von dem Lift gehen, weil das, äh, da, das aufgesplittete Stahl... Äh, die Stahlträger, die aufgesplittet sind, reichen natürlich nicht aus. Ach so, jetzt nur, äh, Temporär meinst du? Ja, ja, wir haben jetzt knapp 1800, wir brauchen da jetzt quasi ja nur noch 700 von diesen vielschichtigen Rahmen, vielschichtigen, wie auch mal die hießen. Und das ist ja ratzfatz dann produziert, wenn die Stahlträgerproduktion ausschließlich dafür genutzt wird. Na klar, hau rein. Ja, also... So, und ich denke, die vier großen Träger, äh, Container, die werden da definitiv das aushalten, solange... Ja. Zumal, äh, Stahlbeton brauchen wir ja nun aufgrund, äh, der, der Förderbandgeschichte nicht so häufig, ne? Ja, richtig. So, und dann, äh, kommen wir da nämlich auch mit voran. Und, äh, von den anderen Teilen brauchten wir 500, ne? War das? Die, ich hab vergessen, wie die heißen. Für den Lift. Äh, die adaptiven Motoren, äh, modularen Motoren da? Ja, 500 waren das. Und da ist ja schon ein Teil drin gehabt und wir haben schon wieder fertige drin, da hab ich voran gesehen. Ja, ich wollte da jetzt nämlich mal gucken, wie viel wir haben, weil das, auch wenn wir das andere jetzt bauen, wollte ich, wenn ich gerade hier bin, das eben kurz, einmal kurz angucken, dass wir das nicht außer Acht lassen. Schuh. Hm, aber ich glaube, 500 kriegen wir noch nicht zusammen. Ähm. Oh, funktioniert das? Ne, 250 haben wir erst, aber das macht ja nichts. Loll. Was ist denn los? Ähm, man kann mittlerweile, das wusste ich nicht, vielleicht wusstet ihr ja schon, ich hab's nicht mitbekommen, äh, am Ende eines Elevators kannst du direkt schon den Splitter oder Fusionator anschließen. So, äh, das wusste ich nicht, das hatten wir irgendwann mal ausprobiert, dann ging's nicht und seitdem hab ich's dann auch... Ja, bei mir ging's gerade. Ja, also ich hab den Elevator grad in der Luft hängen lassen, sodass halt ringsherum auch Platz ist. Ja. Hab den da mal probiert anzubebbeln und der hat dann halt direkt statt dem Ende vom Elevator hat er halt an die Stelle des Endes vom Elevator halt einen, äh, äh, Splitter jetzt an mir rangeknallt. Und das, ja, ist, ist, ist nice, also, cool. Hab ich nicht wieder ausprobiert, weil seitdem wir das mal ausprobiert hatten, wo es nicht ging, brauchte ich das bis jetzt irgendwie nicht mehr. Aber schon mal cool, dass das gehört, also. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. So, dann messe ich jetzt aber hier wieder meine Wandhalterung da oben an dengeln, äh, müsste ich aber mal auf Wände klicken, das soll hilfreich sein, hab ich mir sagen lassen. Ich brauch noch zwei Batterien zum Übertakten, dann brauch ich hier nicht alles umbauen. Äh, ja, nicht, leider nicht. Nimm's doch aus, nimm's doch aus, äh, aus dem Kraftwerk raus. Wir haben doch viel zu viel Strom in Überproduktion, oder? Naja, wir sind bei 9700 und wir brauchen nur 3000 oder so. Ja, siehst du, dann kannst du dir doch da rausnehmen. Hatten wir in der Base noch welche rumliegen? Das weiß ich gerade nicht. Äh, keine Ahnung. Müsstest du mal nachgucken. Kann ich dir gerade so nicht mehr sagen. Ach, du hast schon einen Mark IV Elevator gebaut, Mike? Mark IV Elevator, ja, ja. Ah, okay, okay. Ich dachte gerade, man könnte ihn nicht einfach überbauen. So, jetzt macht er wieder vernünftig hier, so, so. Mach ich das nicht doch nochmal anders. Aber schon mal gut zu wissen, dass es so geht und, äh, vielleicht nutze ich das auch mal, aber jetzt gerade nicht. So, dann kommst du mich jetzt hier auf die Höhe. Hier ist meine 5. So, nee, warte mal, halt, stopp, Moment. Ich bin etwas schneller unterwegs, als sich das Förderband aufbaut. Okay. Hatten wir jetzt eigentlich schon eine funktionierende Munitionsproduktion? Ja, ich, also, die ist semi-automatisch, aber ich hab, bevor wir angefangen haben, jetzt aufzunehmen, nochmal eben die Produkte nachgelegt, die wir brauchten. Also, du kannst dir da was rausholen. Da müsste eigentlich wieder was drin sein. Mhm. Naja. Also, pauschal würd ich immer sagen, auf Robin kannst du so schießen. Das ist kein Problem. Aber warum? Was hab ich jetzt schon wieder angestellt, dass du auf mich schießen willst? Weil es geht. Das ist aber scheiße. Immer hackt ihr nur auf mich rum. Auf mir. Wir machen das nur, weil wir dich lieb haben. Mhm. Ich bin nicht mehr bewaffnet. Ich hab nicht mehr Munition. Das ist schlecht. Das ist wie damals auf dem Schulhof einen Brillenträger zu schlagen, nur weil er eine Brille trägt. Ihr Moba, ihr. Durften den damals dann also nur Leute schlagen, die auch eine Brille haben? Nee. Das tut nicht so, als wenn du nicht wissen würdest, was ich meine. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Nein, überhaupt nicht. Hast du bestimmt miterlebt, wie einfach so ein Brillenträger geschlagen wurde, nur weil er eine Brille trägt. Tatsächlich nicht, nein. Nein. So dumm war keiner bei mir im Jahrgang. Bei mir auch nicht. Außerdem war meine Kindheit rosa. Naja, bis du Olek kennengelernt hast. Bis ich Olek. Ja, dann ging es erstmal ganz steil bergab. Steil bergab? Das war 90 Grad nach unten. Einfach direkt. Freefall Tower. Okay. Ja, haben wir mal so einen Klatsch aus der Jugend von Lukulus mit in der Aufnahme, ne? Ja, ich hab Olek lieb. Also nicht, dass ihr jetzt, falls ihr den mal kennenlernt, irgendwann. Der ist ein Lieber. Mittlerweile. Das sagt jetzt so viel aus. Ja, vielleicht ist er ja irgendwann mal dabei oder so, dann werdet ihr ihn lieben lernen. Oh ja. Wie kann ich dir jetzt noch helfen? Turbodraht kommt an. Ich hab alles auf MK4 ausgebaut. Was brauchst du noch? Äh, Dinge. Okay, das ist kein Problem hier. Äh, ja, also ich hab jetzt gerade angefangen hier Kieselsauche erstmal runterzulegen. Das sind jeweils 37,5. Das heißt, jeweils eine Produktion ist das. Das splitte ich jetzt hier gerade auf. Wir brauchen aber noch Turbodraht und Platinen hier dran. Wer hat denn hier mitten in dem Raum eine Werkbank hingestellt? Turbodraht und... Äh, ich für Robin und Robin hat es dann nicht eingesammelt. Achso. Ich frag mich auch, warum du das mit eingelegt hast. Oh, Munition, danke. Ja, ich hab dir Dinge hier hingelegt. Hör mal nachher an, das Ding hier. Zwei Marazine ist ja wirklich... Ja, zwei Schuss, dein Ernst! Und da treffe ich dich noch nicht mal. Und du hast beide daneben geschossen! Hä? Aber ich hab heute einen Schädelbesieger gehabt. Was? Das ist der Siegen der Leute mit einem zu geringen Ping. Gib mir mal noch ein... Ja, jetzt triffst du mich auch nicht, ne? Das ist so... Kennt ihr das in dem Film A Million Ways to Die in the West? Ja. Wo er schießen übt und immer näher an diese Flaschen geht. Und dann steht er direkt vor der Flasche, so wie ich jetzt bei Robin. Oh, oh, jetzt hat es geklappt. Aber ihr habt es eben gesehen. Ich stand direkt vor Robin und es ging. Gut. Hätten wir das? Also Dinge hab ich dir hingelegt. Die brauchst du jetzt nicht mehr. Genau. Was sind jetzt hier... Was sagtest du eben, Mike? Du brauchst dir irgendwas? Nein. Achso. Nee, ich sagte zu dir, die ganzen anderen Sachen müssen ja auch noch angeschlossen werden hier. Ja, welche denn? Was brauchst du denn noch? Kunststoff? Äh, hier in dem Fall schon mal zweimal 90 Turbodraht. Mhm. Oh, und ich seh grad die Platin-Produktion. Die wird wahrscheinlich nicht reißen. Oder? Obwohl doch eine hundertprozentige Platin-Produktion haut ja sieben Platinen jeweils raus. Ich schau mal eben nach, ob das so stimmt, weil dann reicht das. Also an den Fabrikatoren brauchst du zweimal 90 Turbodraht. Genau. Und dann haben wir ja noch den, 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 äh, äh, Manufaktor. Der braucht ja auch nochmal Turbodraht. Sodass du es auf jeden Fall einmal splitten musst, richtig? Und dann vielleicht sogar mit nem, äh, Container vielleicht sogar, damit halt die Überschüsse vernünftig verteilt werden, ne? So, es müssten jetzt ungefähr 300 Turbodraht ankommen. Das hört sich sehr gut an. So, ich schau mal eben oben nochmal nach. Ich glaube, es waren sieben Platinen pro Minute, die er rausballert. Ich weiß es aber echt nicht mehr genau. Deswegen schauen wir mal. Wegen, 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 was meinst du das mit dem Platinen? Ähm, wegen dem KI-Begrenzer, äh, oder die Highspeed-Anschlüsse. Eins vom Bein, das braucht das. Äh, hast du noch ein paar Stahlrohre dabei, Robin? Warte. Äh, 105 hab ich noch. Wofür brauchst du die denn? Äh, für den großen Container. Achso, ja, klar. Ah, super, die Platinenproduktion hier oben, die momentan noch nix, wo hinläuft, hat 12,5 pro Minute. Das ist doch perfekt. Ja, das ist doch gut. Ja, dann hau ich hier mal ein Loch noch rein, die Wand. Und, dann zieh wir uns mich von hier, da rüber. Ach, genau, auf Höhe. Geil, oh, Matiko. So, ich komm mal eben zu dir. Dann hau ich dir mal ein paar Stahlrohre da hin. Ja, das wär gut. Dann zieh ich schon mal die Platinenproduktion hier rüber. Jo. Moin. Hallo. Hier und hier, 105, weil ich brauch die Platinen. Jo, so viele brauch ich. Auch nicht. So. So, das will ich schon mal. Hab ich denn noch ausreichend Platten und sowas? Ja. Oder Beton auch? Ja, wird. Das reicht noch. Ist ja wunderbar, ist das? So, warte mal hier. Das ist MK3-Förderband. Gut, das ist das Richtige. Quatsch, nee. Einmal da hoch. Hier muss ja MK4 rein. Und wenn ich mich jetzt ingenieurstechnisch nicht täusche hier, dann will ich keinen intelligenten Splitter bauen. Das brauchen wir jetzt nicht. Ja, zumal bei dir mit der Intelligenz und so. Ja. Ich guck mir das immer alles von dir ab. Und deswegen entwickle ich mich da halt nicht weiter. Naja, aber bei dir ist ja sowieso das mit dem Lernen auch schwierig, weil ist ja alles laggy bei dir. Ja. Ja, mit schlechten Lehrern kannst du auch nichts weiter lernen. Selbst wenn das geht. Du guckst es dir schon, du, nee, 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 nee. Du guckst es dir vom Richtigen ab, aber bei dir kommen die Infos nur so laggyhaft an und deswegen lernst du nichts. Nee, das klappt so nicht. Ja, doch schon. Warte mal, mach ich da nochmal einen rein. Da, und dann müssen wir das jetzt natürlich noch rüberführen. Ich dachte nicht gerade, Gott, wie lang ist denn das? Aber es war bloß ein Spiegelbild in der Glaswand. Dann füllen wir das mal bis hier. Ungefähr, so. Oh, schön warm hier. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, müssen jetzt hier exakt 90 rauskommen. Lieber so hier rein, oder so, oder so, oder gar nicht, oder wie, oder wer, oder was jetzt? So. Oh nein, jetzt war die da durch. Muss ich Robin sein Förderband nochmal ein bisschen bearbeiten. What? MK1 sogar hier, ein bisschen ekelhafte Schande. Wieso ist das doch aber richtig von der Menge her? Warum liegen hier überall irgendwelche... Ach nee, das sind Robin seine... Ich muss wissen, wo ich lang muss, Teile. Ja. Wie ist das? Denken wir mal hier ungefähr eins hin. Und dann muss ich aber an die Etage deeper. Denken wir da eins hinein. Dann nochmal hier und hier eins, damit ich da oben wieder den Splitter einrichten kann. So, ich hab den Beton mal ein bisschen umgebaut, damit das ein bisschen hübscher ist. Und wieso fehlen da Wände? Beim Stahlgebäude. What? Hm. Weiß ich nicht. Ähm, ja. Also, beim letzten Mal hatten wir ja festgestellt, dass irgendwie was mit dem Abreißen nicht so ganz funktioniert. Dass teilweise Sachen abgerissen werden, die noch nicht mehr in der Ränderreichweite sind. Wenn du was abreißt. Das ist natürlich ungeil, dann. Hm. Oh, warte mal. Soll ich das gerade richtig? Hast du noch Eisenplatten gerade bei? Äh, ja. Dann gib mir mal bitte welche. Ich bin auf dem Weg zu dir. Ich hab nämlich jetzt zu wenig fürs Förderband der Platinen. Kann ich 70 geben. Ich hoffe, das reicht. Oder? Ach, weißt was. Behalt' ich. Ich fahr einfach mal schnell rüber zum Baustoffgebäude. Okay. Dann sehen die Leute nämlich auch mal, äh, die, die, die Turbodrahtbrücke. Hier, bei dem Turbodrahtförderband hier kommen übrigens genau 90 jetzt in die Maschinen rein, ne? Das ist super. Denn da sollen ja auch 90 übertragen. Hm. Pro Maschine. Nur bei der anderen nicht. Ich glaube, die hatte, äh, 100, ne? Bei dem, äh, äh, Manufaktor. Warte, kommen da 90 rein? Ich glaube, es ist ein dezenter Rechenfehler hier. Es waren 90, 90 und 100 waren das. So, toll. Jetzt hab ich natürlich auch wunderbar, äh, nicht die Brücke gezeigt. Man sieht sie jetzt hier, das Glasdach. So, genau. Hier. Die haben wir einfach durchgeführt. Das war die, äh, die der Mike vor Äonen mal gebaut hatte, wo wir noch dachten, ja, das wäre ja schon mal ein guter Anfang für den Bahnhof. Aber wie gesagt, gegen den Bahnhof haben wir uns jetzt entschieden. Weil das einfach keinen Sinn macht momentan mit diesen ganzen Lags. Nee, ich hab einen Rechenfehler gemacht. Tut mir leid. Oh, weia. Na, dann musst du doch mal neu andeveln. Andübeln. Däuveln. Ja, Sigi, mach ich mal eben hier. Ich hab, glaube ich, noch ein Ding. Däumpeln. Däumpeln. Achso, für diejenigen, die sich wundern, oben rechts, das ist meine FPS-Anzeige. Nur mal zu gucken, warum es denn stellenweise einfach mal laggy wird bei mir. So. Und da haben wir auch gemerkt, je mehr wir hier fundamentieren, desto weniger FPS gibt's hier. Und dementsprechend müssen wir jetzt leider doch ein bisschen minimalistischer bauen. Also so wie bisher. Und nicht hier, äh, irgendwie, weiß ich nicht, 40 Schmelzen, einfach erstmal in den Schredder reinhauen und sowas. So wie andere das machen. Das machst du doch auch. Was? 40 Schmelzen und in den Schredder reinhauen? Stimmt gar nicht. Stimmt, du arbeitest das Produkt noch weiter aus und dann förderst du's in den Schredder. Genau, weil's noch mehr Punkte bringt. So 90% des Metallgebäudes. Nee, stimmt gar nicht. So, jetzt kommen genau 90 an. Ich hatte einen kleinen Rechenfehler, ich musste hier nochmal was umbauen. Okay. Nee, aber von dem, was geschreddert wird, das sind höchstens 10% des Eisenbergs. Was da geschreddert wird. Weil die ganzen anderen Etagen, die laufen nicht in den Schredder. Falls du dich noch nicht gesehen hast. Die ganze erste Etage läuft da rein. Ja. Und das ist aber so im Mengenverhältnis. Das ist das 10% vom ganzen Eisengebäude. Ja, ich weiß nicht. Stangenproduktion, Schraubenproduktion, Plattenproduktion. Ja, jeweils nur eine, ne? Jeweils nur eine, ne? Ja, trotzdem. Wenn du da mal die Etagen da drüber dir anguckst, da sind mehrfache Stangen, Schrauben, Plattenproduktion in Verarbeitung. Und das Ergebnis wiederum wird nicht geschreddert. Ja. Das Ergebnis wird gelagert. So, was soll ich hier als nächstes machen? Was brauchst du noch? Äh, du könntest schon mal netterweise Strom anlegen. Das wäre super. Dann hätten wir das gleich schon mal bereit. Mhm. Möchtest du hier nur mal gucken, wie ich jetzt hier mit den Platinen noch durchkomme? Ob du mir da schön den Platz gelassen hast? Ja, hast du. Wunderbar. Hast du mitgedacht? Das ist schön. Ja. Ich habe ja vom Besten gelernt. Mike. Mhm. Was? F dich. Ach, nix. Ich habe nur gerade Robin geärgert. Ach so. Ich wollte doch hier einen Splitter ran babbeln. So. Machen wir den mal in Dorn. Ach, ihr hattet den LKW da hinten mit hingenommen. Ach so, sorry. Ich habe den mal nach draußen geparkt. Der war mich ein bisschen im Weg hin beim Bauen. Oder hat den nochmal jemand anderswo anders hingesetzt? Ich muss hier am Computer die Rampe runtergefahren. Ja, das steht da noch. Oh nein. Habe ich nur vergessen Bescheid zu sagen. Sind die alle voll. Das kann doch nicht wahrsteigen. Nee, irgendwas hattest du gesagt. Äh. Würde ich sagen. Diese Leitung hier. Kommt von dem. Jetzt hat der wieder eine frei. Wenn die da rüber hängen. Und der müsste genau hier nebenher gehen, oder? Geil. Das hängt noch nicht mal da rein. Wunderbar. So. Platinen sind jetzt auch dran. Semi schön, aber funktionstüchtig. Ja, Strom ist an den Fabrikatoren dran. Das ist super. Dann läuft das auch schon mal. Da habe ich ja auch schon alles so weit drinnen. Ach so, da drüben muss ich natürlich nochmal anschließen. Sonst würde das nix. Nix. Zack. So. Das heißt. Die laufen jetzt hier schon mal rein. Jetzt müssen wir natürlich da drüben noch den Manufaktor. Noch versorgen. Und anschließen. Sonst wird das auch nix. Äh. Ja, Luke. Mhm. Hast du noch an die 100 Turbodraht für den Manufaktor hier gedacht? Bei deiner Konstruktion? Äh, wir haben einen zweiten Ausgang, ne? Das ist dir klar. Ach so, na den sehe ich gerade nicht, weil da die Container vorstehen. Oder ist der Container selbst der Ausgang? Ja. Warum habt ihr hier dieses Karussell gemacht? Mit dem Turbodraht? Ja. Weil da jetzt genau 90 da hinten ankommen. Okay. Also hier kommen 270 raus. 33% werden zurückgeführt. 66% gehen da hinten hin. Und von hier hinten werden die 66% aufgeteilt. Und 33% sind quasi, weißt du? Von 270 durch 3 sind halt 90. Okay. Wir haben ja leider kein Förderband, was 90 rausgibt. Aber du kannst einfach einen Splitter machen, auf drei aufteilen und dann zieht der dreimal 90. Ja, aber der andere braucht doch jetzt 100. 100, oder nicht? Ach so. Genau, und dann hätten wir jetzt, dann hätten wir bei einem immer zu wenig ein bisschen. Warte mal, wir brauchen dreimal 90 und einmal 100? Zweimal 90 und einmal 100. Und mehr nicht? Mehr nicht. 280, habe ich euch gesagt. 180, Entschuldigung. Nicht 280. Hier ist schon klar, dass wir das jetzt auf 280 ausgebaut haben. Passt ja auch. 90, 90, 180. Warte mal, 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 warte mal. Ach ja, stimmt. Ja, klar, es sind 280. Okay, 280. Ah, jetzt bringt ihr mich auch schon durcheinander hier. Mann! Ja. Alter Schwede. So, wir sind jetzt eigentlich am Ende der Folge. Aber ich würde jetzt schon gerne noch das Turbo-Draht hier an den Manufaktor anschließen. Ja, soll ich das machen? Nachdem, nachdem ich mich erstmal den LKW weggeparkt hatte, war mich jetzt gerade noch der Mike selbst im Weg. So. So. Alter, nein, nein, aus, nein, weg. Okay, alles klar. Klau mir den Turbo-Draht an den Anschluss. So. Muss ich bloß mal gucken, ist das hier einigermaßen gerade? Nee, das überschneidet sich dann nämlich genau. Du musst noch näher zum Manufaktor. Okay, alles klar, ist egal. Machen wir es auf hässlich. Ist kein Problem. Hä, wieso hässlich? Ich habe es hier gerade gelegt. Ja, aber der Turbo-Draht fährt durchs Förderband durch. Stimmt gar nicht. Natürlich, stimmt das. Na, guck doch mal. Ja. Ach, da, die Ecke da meinst du. Ja, genau. Ja, warte, geh mal hin, geh mal hin, du. Ja, ist ja gut. Mach das, mach das. Das habe ich nicht gesehen, habe ich. So, machen wir das mal da. Ja, genau, so geht das. Das sollte auf jeden Fall passen. Zack. So, da ist der nämlich schon mal dran und jetzt fehlt hier bloß mal Kupferblechen. Das haben wir auf jeden Fall zu Genüge da oben. Wie viel Turbo-Draht brauchst du da? Äh, 100 sind das hier. Alles klar. Dann kommen die auf jeden Fall nicht an. Was? Oh, ja stimmt, ich habe ein K1 gebaut, ne? So, sorry. Gut, okay, ja, das haben wir schon mal. Dann würde ich sagen, äh, war es das für diese Woche, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet einfach am Montag wieder rein. Ciao. Macht's gut. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.